Kapitel 6 Auf der Treppe wechselte er noch ein paar Worte mit einem Kollegen von der chirurgischen Abteilung. Nun, wie stand es eigentlich mit der Frau, die heute Nacht hinübertransferiert worden war, er für seinen Teil glaube nicht recht an die Notwendigkeit einer Operation. Man werde ihm doch das Resultat der histologischen Untersuchung berichten? Selbstverständlich, Herr Kollege. An der Ecke nahm er einen Wagen. Er zog sein Notizbuch zurate, lächerliche Komödie vor dem Kutscher, als müsse er sich erst jetzt entscheiden. Nach Ottakring, sagte er dann, die Straße gegen den Galizienberg, ich werde Ihnen sagen, wo Sie zu halten haben. Im Wagen kam plötzlich wieder eine schmerzlich sehnsüchtige Erregung über ihn, ja, beinahe ein Schuldbewusstsein, das er in den letzten Stunden seiner schönen Retterin kaum mehr gedacht hatte. Ob es ihm nun gelingen würde, das Haus zu finden? Nun, das konnte nicht sonderlich schwierig sein. Die Frage war nur, was dann? Polizeiliche Anzeige? Das konnte gerade für die Frau, die sich vielleicht für ihn geopfert oder bereit gewesen war, sich für ihn zu opfern, üble Folgen nach sich ziehen. Oder sollte er sich an einen Privatdetektiv wenden? Das erschien ihm ziemlich abgeschmackt und seiner nicht ganz würdig, aber was blieb ihm sonst noch übrig? Er hatte doch weder die Zeit noch wahrscheinlich das Talent, die nötigen Nachforschungen kunstgerecht durchzuführen. Eine geheime Gesellschaft? Nun ja, jedenfalls geheim, aber untereinander kannten sie sich doch. Aristokraten, vielleicht gar Herren vom Hof, er dachte an gewisse Erzherzöge, denen man dergleichen Scherze schon zutrauen konnte. Und die Damen? Vermutlich aus Freudenhäusern zusammengetrieben. Nun, das war keineswegs sicher. Jedenfalls ausgesuchte Ware. Aber die Frau, die sich ihm geopfert hatte. Geopfert? Warum er nur immer wieder sich einbilden wollte, dass es wirklich ein Opfer gewesen war. Eine Komödie. Selbstverständlich war das Ganze eine Komödie gewesen. Eigentlich sollte er froh sein, so leichten Kaufs davon gekommen zu sein. Nun ja, er hatte gute Haltung bewahrt. Die Kavaliere konnten wohl merken, dass er nicht der erste Beste war. Und sie hat es jedenfalls auch gemerkt. Wahrscheinlich war er ihr lieber, als alle diese Erzherzöge oder was sie sonst gewesen sein mochten. Am Ende des Liebharztals, wo der Weg entschiedener nach aufwärts führte, stieg er aus und schickte den Wagen vorsichtshalber wieder fort. Der Himmel war blassblau mit weißen Wölkchen und die Sonne schien frühlingswarm. Er blickte zurück. Nichts Verdächtiges war zu sehen. Kein Wagen, kein Fußgänger. Langsam stieg er bergan. Der Mantel wurde ihm schwer. Er legte ihn ab und warf ihn um die Schultern. Er kam an die Stelle, wo rechts die Seitenstraße abbiegen musste, in der das geheimnisvolle Haus stand. Er konnte nicht fehlgehen. Sie führte nach abwärts, aber keineswegs so steil, als es ihn nachts im Fahren gedüngt hatte. Eine stille Gasse. In einem Vorgarten standen Rosenstöcke, sorgfältig in Stroh gehüllt. In einem nächsten stand ein Kinderwägelchen, ein Bub, ganz in blaue Wolle gekleidet, tollte hin und her. Vom Parterrefenster aus schaute eine junge Frau lachend zu. Dann kam ein unbebauter Platz, dann ein wilder, eingezäunter Garten, dann eine kleine Villa, dann ein Rasenplatz, und nun? Kein Zweifel. Dies hier war das Haus, das er suchte. Es sah keineswegs groß oder prächtig aus. Es war eine einstückige Villa, in bescheidenem Empire-Stil und offenbar vor nicht allzu langer Zeit renoviert. Die grünen Jalousien waren überall heruntergelassen, nichts deutete darauf hin, dass die Villa bewohnt sein könnte. Dann waren wir jetzt noch in der Mitte. Vielen Dank.